Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier auf dem Video vom Autohaus Inoku, Ihrem Neu- und Gebrauchtwagen in Lüssenzheim. Mein Name ist Sven Ludwig und ich darf Ihnen heute diesen DS5 rausstellen. Dieser DS5 verfügt über eine 2 Liter Maschine, hat ein Automatikgetriebe und 160 PS. Kommen wir zu den Scheinwerfern. LED Tagfahrlicht, Xenon Scheinwerfer und nicht zu vergessen, 18 Zoll Bicolor Felgen, zweifarbig dieses Auto etwas sportlicher aussehen lassen. Um in den Fahrzeug Innenraum zu gelangen, brauchen Sie nicht mehr das letzte Schloss. Das Fahrzeug verfügt über Keyless Entry. Die Innenausstattung ist eine Volllederausstattung mit vorne elektrisch verstellbaren Sitzen. So, schauen wir uns auch gerade einmal die Sitzreihe hinten an. Auch hier ist einmal Vollleder. Für Einkäufe, Fahrten in den Urlaub oder Fahrten zum Sport bietet der geräumige Kofferraum jede Menge Stauvolumen. Hier im Innenraum ist einmal auf der linken Seite der Knopf, um die Parksensoren auszuschalten, sowie den Totenwinkelsensor, der in beiden Spiegeln verbaut ist. Am Lenkrad befindet sich einmal der Automat und der Limiter und für bequemes Telefonieren einmal hier die Funktion, um die Anrufe anzunehmen oder abzulegen. Gehen wir einmal rüber zum Radio. Sieben Zoll Display für Radio mit Navigationssystem und die Möglichkeit das Telefon zu verbinden. Dieses Fahrzeug verfügt unter anderem über eine Zwei-Zonen-Klima-Automatik und vier verschiedene Fensterheber. Unter anderem verfügt dieses Fahrzeug über ein dreigeteiltes Panoramadach. Zwei Panoramadach-Ebenen sind einmal hier vorne und für die Leute, die hinten sitzen, gibt es hinten noch einmal eine separate große Panoramaschwelle. Wenn wir das Interesse für dieses oder ein anderes Fahrzeug bei Ihnen geweckt haben, scheuen Sie es nicht, rufen Sie gerne an. Ich oder meine Kollegen sind gerne für Sie da.